Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Road2GM. Wenn es euch gefällt, lasst doch gerne eine Bewertung da. Abonniert den Kanal, um keine weiteren Folgen zu verpassen und viel Spaß mit dem Video. Eikenwalde. Ich will den Web sich mal kennen. Hm, Angriff. Wollte ich Hanzo mal spielen? Ich würde fast Monke nehmen. Aber er kann auch Seria. Ja, ich würde Seria nehmen. Dann kann ich mit Leonen kombinieren. Na gut, ja. Ja, ich würde auch mal hier. Okay, zwei Tanks. Könnt ihr beide Healer nehmen? Da haben wir zwei Tanks. Mal probieren sie mal. Ähm, ja, Luca, nimm nehm. Anna und du. Anna, ich würde Brigitte nehmen. Oh, okay, okay. Na, ist ein Pussen. Ja, ist echt gesunken, ja. Ja, und ich hab halt Group'n Heal. Das kann funktionieren. Oder Ersch. Cadillam Reinhardt. Oder Kree. Ja. Oder Trottel. Ich hoffe, er geht gar nicht gut. Äh, was ist da vorne? Ach, eine Maie. Ja, es ist Junkett, oder? Ja, pass auf. Eine Maie ist auf jeden Fall da. Oh. Ja, einfach, einfach durchsteigen. Die haben nicht so viel AP. Marc, du bist da ein bisschen alleine, wenn du ein Junkert und einen Reinhardt, der auf dich wartet. Wo ist das denn Junkert? Das ist so rund. Reinhardt. Ah, der ist da. Den können wir jetzt rumbringen. Den können wir rumbringen. Den können wir rumbringen. Ja. Die Arante, die Arante ist nice, nice. Äh, Junkert, 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 Highgrund. Junkert? Nein, scheiße, nicht geht das. Ja, ja, ja. Wir sollten jetzt schnell pushen, weil der Reinhardt ist tot von denen. Ja. Ja, ich versuche in der Punkt zu kommen. Oh Gott, so nice. Leider low. Oh, okay, okay, okay. Ich brenne vor Motivation. Scheiße. Ja, die ist so low, hoch. Rauthock wird gerade verpügelt. Okay, ich rette Rauthock, hoffentlich. Ich bin tot. Ich habe auch Ult. Aber wir brauchen wir nicht. Nice. Das läuft doch bisher ganz gut. Rauthock. Ich brauche hier, Rettet, Rägen. May, tot. Ich komme nicht so leicht zu dir. Versuch, den Kopf zu behalten, dass die Maywalls einfach wegballern können. Die haben echt wenig AP mittlerweile. Aber auch mit, die auch mit, äh. Die haben, glaube ich, 200 oder 250 AP. Okay, gut. Ja, Rauthock hat mich relativ gehockt, Leute. Nice. Trisch. Ist da gelastet? Oh, das ist sehr gut. Die Maywalls ist gelastet. Oh, dann wird die Runde doch wieder beendet und zählt. Nein, 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 nein. Glaubt, das ist ja zwei, zwei drin. Ja, okay. Aber die haben eine Farah, die haben eine Farah. Ich habe es gesehen. Luca, gehst du zur Schacht? Wir sollen nicht Part schieben. Naja. Marco, ich gebe mein Kommando. Nein, ich bin drei. Ich bin low? Ach, fuck. Eins, zwei, eins, Schuss. Oh, nice, das eine, gell? Ich kann die Läu noch. Nein, Ruben, nein. Rauthock. Warum? Karam. Karam ab mich? Okay. War schön. Sehr schön. Nice. Teamkill, Junge. Ich habe auch noch Nano. Ich habe auch noch meine Rild. Ich habe auch noch meine Rild. Nein, eigentlich den Rauthock oder Leon. Der Rauthock ist ziemlich schnell. Naja, einen von den Tanks. Ich wurde von Rainer drunter gebogen. Nein, nein. Das ist schlecht. Nein. Was ist da los hier? Ich habe den Checkport also noch nicht. Aber, 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 aber. Kommt doch an, wie scherben. Gut, rein. Doch, haben wir. Doch, ich bin da. Geräusche. Dann one. Dann weh Nano. Ja. Ja, wir lassen erstmal die Flache ein bisschen durchschieben. Jetzt können wir dann gleich davor sind. Sehr praktisch, dass wir hier sind. Das stimmt. Wir können die ganzen, wir können die Teamkills haben. Oh, es ist ein Klimm da. Gengian Tones. Die mach ich auch. Ja! Noch ein Teamkill. Das wird in zwei Minuten gerückt, ne? Hat noch einer das Match verlassen. Oh nein. Ich möchte mehr Teamkills haben, Leute. Ich brauche die 20, die sind ein bisschen schneller. Was denkt man denn jetzt für eine Strafe, die da mittendrin lief? Weil das ist doch richtig asozial. Ich brauche nur noch einen Healer. Wer will tanken? Ich hätte gerne D.Va oder Risa. Ich könnte tanken spielen, ja. Oder Serium meint ich. Scheiße, aber ich glaube, wir sind einer Goldwerfer, wenn ich die durchspiele. Wir können double tanken spielen. Also ich glaube, ich habe Panzer, Woodermaker... Der will einfach mich babbeln, wenn ich mich rein TP. Ich glaube, es ist ja nur Pharah. Der hat zwei Sanks Hilfe. Oh, Rortok Flames und morgen hast du nicht noch mehr. Und was ganz Neues. Oh, der wird nicht durch den Ruhestand gekommen. Moppt einfach schnell hin. Ich komme hinter dir, Duis. Ach nein, Digga. Das hat nicht gereicht. Das ist jetzt ungünstig. Schwierig, ich kann nichts machen. Oh Gott. Ach komm! Ach, Digga. Ja, ich kann nichts machen. Ja, irgendwas müssen wir anders machen. Wir sollten auch. Ja, lass halt wieder zwei Tanks spielen. Es ist auch schwer in zwei DPS, wenn zwei Tanks die besser sind. Ich kann Roadhug nicht. Ich bin mir da nicht sicher. Ja, ich kann Roadhug nicht. Ich kann Roadhug nicht. Ich kann Ruiz annehmen. Ich kann nicht. 2-1. Zoro ist besser bei sowas, weil der braucht nicht so viel Healer. Auf der Hook. Anna dead. Ja okay, wir sollten pushen. Ein Healer von denen ist weg. 2-1. Ja ja, sehr gut, sehr gut. 2-1 dead. Moira hier noch. 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 Serana hat reingepusht. Oh ne. Ich hab den falschen genanot. Da ist nicht so schlimm. Der Fall geht ja weg. Ding dead. Oh, er hat mich scheiße. Ja, ich mach mit die Anna. Ja, das scheiße, er ist genanot. Ich hab 100% Charter. Ich glaub nicht, dass ich das überleben werde. Oh, das ist umgeländert. Ich hab keinen Charter, aber ich werde auch vielleicht nicht überlegen. Oh, das war ein bisschen wie Panic-Bubble. Ich bin noch ein Tag in das. Ich bin noch nicht da. Ja, ich bin auch sehr sicher. Der Range. Komm zurück, ein Stück. Der Rainer Charter war auch sehr sinnlos die ganze Zeit rein, muss man sagen. Das ist irgendwie nicht ganz verstanden. Der hat einen Clip gesehen von einem Rainer, der irgendwo rein gechargt ist. Und dachte sich so, Digga, das kann ich auch. Ich möchte die Healer weg haben. Oh ja, oh ja. Oh ja, oh ja. Meine Ultras hat ein bisschen Overcommitment, weil... Ja. Oh, das ist egal. Vielleicht hätte ich nicht vorgegeben das ganze Team zu. Vielleicht nur die Healer loswerden. Sweept. Nice. Wir haben einen Reaper jetzt. Okay. Mit anderen Worten. Ihr müsst ihn mobben, weil der mich countert. Ey, ihr müsst ein Stück zurückkommen. Ich kann euch da nicht hier... Ich kann den... Ich muss den Roboter schicken. Aber die... 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 Nein, ich bin wahrscheinlich dort, ja. Krieg ich da rein? Nein, ich muss immer noch rüber, okay. Ey! Vorsichtig, ich bin jetzt ewig nicht da. Mein Gezlieb, ich weiß nicht genau wen. Ihr seid nur zu viert, ne? Ja, egal. Boah, scheiße. Der Render ist extrem low, aber. Ja, ich bin aber tot. Router 10 burns. Nein. Ich würde runtergehen. Wenn ich ganz von der Millisekunde geholt, ich versteck gar nichts mehr mit diesen Ulz. Ja, rück zu, rück zu. Ich bin den ganzen weiten Weg gelaufen, damit Horror mich hucken und killen kann. Du weißt, wie ich gestorben bin davor. Genau durch Throwhawk. Ja, Bro, halt nicht so. Äh, Luca, rennen. Ne, nicht bei der, nicht bei der, am Spawn quasi. Ja, wir dürften halt, wir müssen einfach nur finden, dass die weiterkommen wie wir. Ja, ja. Also, ich habe das nicht wahr, und ich habe das nicht. Ja. Ey, Reapers schiert und flanken, glaube ich. Nö. Mit Reapers. Beide. Aber we're not both. Ja. W-W-W-W-W-W-W. Oh. Ja. Jawohl. 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 Oh, der ist da, oder die halt weg vom Punkt. Ich kann nichts machen gegen das Problem. Für mich sind doch noch die Meurer. Hilfe, die bringen mich um. Ich kann nichts machen. Ich hab sie aber weggelockt vom Punkt. Ja, die haben halt hier direkt, die er rüber will lenken. Ja. Wir müssen sie aufhalten jetzt langsamer. Kann jeden nahm auch. Oh, der hat sich gespinned. Ja, der hat sich gespinned also. Ja, der war schon stabil. Das war mal ein spontaner Hanso Saria. Ja, so müssen die auch sein. Sonst funktionieren sie nicht. Wenn du so eine halbe Stunde vorher anfängst zu planen. Nein, nein, nein. Dann wussten wir das nicht, ne. Reaper One. Die war's in die. Brawlchock geslebt. Luca, hinter dir. Kann ich... Ich brauch die hier. So, ja, ja, ja. Danke. Na, nur dich. Brawlchock. Oh. Kill den Rainer, kill den Rainer. Der ist hinter uns jetzt alleine. Dabei, er ist tot. Er ist tot, tot. Ich guck auf die Ander. Anna, da ist ja gut. Junge, mach ich viel Damage auch mit der Ander sogar. Ich hab die leider nicht richtig gesehen, weil ich über dem Weg stand. Da hab ich nur ein Bodyshot auf den Reaper getroffen. Ich hab einen besseren Traum. Das ist der Anderen. Nicht zu weit vorne. Nicht, nicht zu weit vorne. Nicht zu, nicht zu sterben. Nicht zu sterben. Wie bei den Reaper unter uns. Sind die dann unter den Rücken, oder? Oh. Ich hab noch nichts. Nicht zu weit vorne. Nicht zu weit vorne gelaufen. Mate. Word Marc, bleib am Leben. Ah, du bist tot. Ne, ne, einfach sammeln. Leona sammeln, zieh dich zurück. Ja, dann ist alles voll egal. Ist egal, wir haben einen sehr guten... Wir müssen echt ein ganzes Stück schieben. Ja, wir dürfen jetzt halt nichts throwen. Ne, ne. Wir müssen sie jetzt einmal dann aufhalten. Ja, Marc, versuch nicht zu offensiv. Ja, aber... Minute geht es schnell rum jetzt. Wir haben ja mal TV nicht... Ja, was. Reaper Plank, glaub ich, rein. Ja, da fängt da schon wieder einer. Ja, Reaper. Und Roadhog. Das sind immer die zwei. Boah, ich bin low. Roadhog haben nie Hilfe. Er ist behind und ultet. Nice hook. Es lebt. Tot. Das war Fliner. Einer hat geantet. Wir brauchen, glaub ich, keinen Banano-Ult, äh, los. Wir brauchen den Banano-Ult, glaub ich, nicht mehr. Ja, ne, nicht. Wir können Nano-Notfalls. Einer gesleebt. Was? Garantet. Slow. Ja komm, jetzt schütt doch. Na, scheiße, Chiquitoco. Da ist der Moira, ja. Ja, da da. Können wir Nanon. Hier irgendwo. Vielleicht Nano Leonard, am besten wenn der Louis ist, ja. Moira, Chargers. Moira. Ich hab Schein noch. Ja, das hat ein bisschen gewastet. Ja. Ja, fehlt den Roadhog jetzt. Nice. Wir haben Hans. Hanzo. Brauch Heal. Reinert hier. Hanzo Law. Ich bin tot. 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 Du bist nicht tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich kann nichts machen. Na, ich glaub auch. Na fuck. Jetzt. Schwierig jetzt. Ich hab ein depressiver Angst. Ja, ist. Alain, lock sie weg. Ah scheiße, jetzt haben sie wieder hingeschafft. Nein, sammeln. Sammeln nicht rein, nein, nein. Ja, nein, 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 nein. Ich bin nicht reingerahmt. Ich war halt ziemlich weit hinten raus. Oh, die sind ziemlich weit vorne. Ja. Warte, du bist gleich da. Dann können wir uns zusammen ulten. Und dann sahen wir uns. Okay, da sind aber nur Squishy eigentlich da. Ah, jetzt ist er halt auch da. Ich bin da in zehn Sekunden ungefähr. Ah, ich hab Ultra! Ja, ist ein 4 drauf, nice! Ah, ist zu spät! Ja, der Hanso von denen hat zwei von uns gekillt! Ja, scheiße! Ender dead! Ich werde sterben! Ich bin leider nicht da, Leonhard! Ja, was ist denn los hier?! Ich kann so schnell mit Reaper, wie Damage dann zu drücken! Auch heal irgendwie! Wir sind halt fast da, ne? Cool, kannst du mich healen! Fuck, ich wurde von anderen sogar headshotet! Ich hab keinen heal! Wir sind gesammelt reingemessen! Wir sind alle immer einzeln! Ah, scheiße! Okay, Leute! Wir sind noch mal gesammelt rein! Einmal noch! Nein, nein, die hat die Dicht durch! Ich bin tot! Nein, nein! Ah, scheiße! Oh, für eine Runde! Ahhhhhhhhhh! Das wäre winnable gewesen! Ja! Wir werden halt am Ende haben wir gethrowed! Das war... Ja, Lois, du hast deine Ulti leider gewollt! Ja! Ich sag, ich bin noch nicht da! Du musst ja nicht da sein! Um Sulten! Ich war aber... Dachte doch, was sieht aus Sporn aus! Ja, aber da weiß ich ja nicht wohin! Ja, aber da weiß ich ja nicht wohin! Das war schon lecker! Lois! Na, das stimmt! Ja, das stimmt! Ja! Also es war... leider so ein bisschen... ...verschwendet!